Musik Und gib den Aufschlag ab. Schiedsrichter niemand gesehen, kein Spieler, sein Kollege nicht, mit dem Netz aufschlägt. Und findet hier jetzt erstmals die Führung auf seiner Seite. Und den ersten nutzt er mit 11 zu 6. Ganski auch nicht zu bezwingen, hier die 1 zu 0 Führung. Hamadja mit dem Gegenspun. Das war's. Das war's. Das war's. Und mit 11 zu 9. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gespielt. Zeigt da gar keine Reaktion drauf. und Aufschlag für den Saarbrücker. Und er macht den Fehler. Neun zu elf sein. Damit unter Druck setzt. Das ist mir für Jada noch etwas entgegenzusetzen. Aber der Block hier ein Stück zu lang. Damit 11 zu 6 für den Grenzhauer. Er gleicht damit auf 1 zu 1 aus.